Lange war ich inaktiv. Doch jetzt ist der Sky BVP Profi zurück. Willkommen zu einer neuen Folge Sky BVP auf SkyLiro. Es geht auch sofort los. Es ist die zweite Aufnahme, die ich jetzt gerade mache. Weil eben bin ich irgendwie gestorben durch einen Lag. Und ähm... Ja, Grüße gehen raus an... 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 Seid. Genau, ich habe den Namen gerade vergessen. Ja, Moin, das ist alles komplett. Äh, ja. Willkommen zum weiteren Video. Ich dachte mal, ich halte euch mal auf dem laufenden heute Video. Was jetzt aktuell alles so abgeht. Und ähm... Ich habe gesagt, ich werde aktiver. Und... Das nutze ich mir aber direkt auf... Aus und zocken eine Runde Minecraft Sky PvP. Ich hätte zwar Bock auf Mad, aber da ist gerade nichts los um die Uhrzeit. Dementsprechend einfach heute mal auf SkyLiro. Trotzdem im Video. Wie ich es gesagt habe, im Gamescom-Vlog, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Es schaut ihn sehr gerne an. Wird mich sehr gerne freuen. Und ähm... Ja. Wäre auf jeden Fall sehr cool. Ja, ähm... Wir fangen mal an. Ich habe Abitur angefangen. Mittlerweile dritte oder vierte Schulwoche. Und... Ja, es läuft ganz okay. Ich finde mich langsam ein mit Freunden und so. Und ich kann dem Sie gar nicht mehr. Boah, der fackt mich ja auch schon ab. Wieder ab mit seinem... W-Termotor-Sneaken hier. Mit dem... Range-Dings-Booms. Bla bla. Ich kenn mich gar nicht mehr aus mit der... Mit dem Kram. Das war's auch mal wieder komplett. In letzter Zeit zog ich... Hauptsächlich echt grad nur CSGO mit... Real-Life-Kollegen. Und auch wenn's... Ab zwischendurch... Runde Fortnite. Aber auch... Schau auf MC. Natürlich vorbei. Aber halt leider selten in letzter Zeit. Ja. Warum ich dich auch immer nicht äh... Schlagen kann. Das frage ich mich gerade. Na, was will man machen? Ja. Gamescom war auf jeden Fall sehr cool. Sehr viele Leute getroffen. Wer mich getroffen hat. Grüße ging raus. Auch an Niklas und alle. Und auch an... Rick. Und... War auf jeden Fall sehr cool. Hat mir Spaß gemacht. War nur... Viel zu viel los. Aber was will man machen, ne? Ich hatte Bock auf Gamescom. Und ich hatte halt Schule. Dementsprechend konnte ich leider auch nicht die zack sind. Sonst wär ich da sehr sehr gerne hingegangen. Ja moin. Der... Eine portet sich weg. Ich krieg ne WhatsApp. Äh... 55 Sekunden Nachricht von... ForfuckingEver. Grüße an dich Jana. Ähm... Hallo. Entweder ist es einfach nur schlecht. Oder ich bin einfach mega gut. Also... No hate an dich so. Aber... Dann war ich einfach mal mega gut. Oder er hat keinen Speed drin. I'm sorry mate. Aber das macht mir grad mega Spaß. Mal so... Hier Leute so... Das ist meine Chance grad. Ja moin. Discord. Ähm... Na komm. Lass mich in Ruhe. Such uns einen anderen Gegner. Der mate. Der mate. Ja. Dann kämpft der halt gegen mich. Auch kein Problem. Ich würd sagen. Wir hören uns gleich nochmal wieder. Jetzt. Ich hab mich unter escrito. Ich hab ihn nicht Ajax. Ich hab ihn nicht joh. Ich hab ihn nicht. Ich hab ihn nicht joh. Ich hab ihn nicht. Es ist einfach nur ein Fisch. Ich hab ihn nicht. Ja. Ich hab ihn nicht. So Leute, ich dachte mal, ich spreche auch noch über was kurzes, nämlich habe ich noch Autogrammkarten und Sticker und ich hätte auch generell vor, falls ihr Bock habt, auch Sticker, ein paar Sticker rauszuschicken, keine Ahnung, ich kann die euch an ein Postfach senden, wie ihr möchtet, zu euch nach Hause oder so, wie ihr möchtet. Das bleibt natürlich alles anonym, das verspreche ich euch, das sehe ich auch nur ich, die Adresse. Und ja, das war's komplett, dann bin ich tot. Schon wieder tot, tot, ripp. Ah ja, dann gehe ich einfach mal jetzt mit dem Staff hier runter oder, warte, ich hole einen neuen Staff. Also, wer Bock hat auf Sticker und Autogrammkarten, kann sich melden, Insta, Dings, Twitter, wie auch immer. Ja moin, der Pilzi meldet sich auch mal wieder. Cool, dass der auch noch existiert. Das freut mich mega. Custom, EC, open. So, dann hol mir das, hol mir das. Ach, finde ich krass, ey, wie viele Leute noch, wie ich mich einfach noch kenne. Ich finde das so mega, mega krass. Einfach. Ich habe mit dem auch mal geschrieben, so wegen Maps, wegen Turnieren. Äh, und lasst, seid gespannt, Scherz. Dann guckt mal, haste mich auf Twitter, at Disney, Luke, sonst Insta, Luke, offische, Dings. So, ja, ähm, da, mit den Aufnahmen gestört worden. Ach, das war's komplett, ich habe keine... Na, Perlen. Ähm, da gehen wir nochmal hin zum Spawn. Ja moin. Äh, das war's komplett. Planst du eine Aufnahme der Welt, aber was will ich machen? Ja moin. Ich brauche einfach nur... EC. Ja. RIP, auf jeden Fall. Egal. Äh, lasst uns nicht weiter so, ihr gerade Brain packen. Wer Bock auf sie hat, melden, wie auch immer. Boah, da bin ich fast schon gestorben. Und, ja. Es geht mir auch mittlerweile echt viel besser, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr mich an das Video erinnern könnt. Äh, es geht mir besser. Ich habe mit Freunden geredet und so. Und, äh, ja, ist auf jeden Fall wieder besser. Falls ihr interessiert. Ich kämpfe jetzt noch ein bisschen und dann schauen wir mal. Und auch sorry, wenn die Aufnahme einfach nicht so fucking lange ist. Deine Righting. Musik We're better are the strangers Believe me when I say Lovin' me is love in danger Your heart is bound to break I walk alone in the night Meet the pale moon Lovin's for the fools Baby be above my body Ich bin, 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 ich Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020